jollo und herzlich willkommen zu einer neuen folge cs go matchmaking hello endlich mal wieder und wir spielen auf office was mich sehr überrascht bei mirage und royal und ich weiß nicht mehr was die andere map war ehrlich gesagt keine ahnung aber auf jeden fall war mirage drin deswegen ultra komisch dass office gekommen ist aber egal wenigstens wenn wir terrorist zeit wenn wir uns nicht verkacken dass das spiel nicht schon gewonnen oh shit ich lasse ihn fuck oh mein gott ich habe jetzt auch mich nicht eingespielt muss ich zugeben also mich überrascht es jetzt selber junge ist das real oh gott alter what the fuck ich hätte ihm halt zweimal ich hätte ihm zweimal kähen können und ich habe nicht einmal geschossen das ist naja egal ich will ed ranken weil ich kann auf dem fragen einfach nichts mehr machen also gar nichts mehr jedes mal wenn ich spiel kriege um es aufs maul und macht überhaupt keinen spaß und ich verliere jede runde aber ich deranke nicht mich kotzt es zu sehr an aber natürlich spiele ich auch wieder mit deutschen ich hasse es wenn ich immer mit deutschen zusammenspiele es sind immer deutsche ist das problem wenn man in deutschland lebt ja das ist aber echt behindert mich kotzt das übelst dann ey ich höre mich hinter die geisel jetzt ist eh eco round ich kann mit der glocke nicht gehen warum rasch der vor ich hab ihm ein headshot gegeben 72 in drei scheiße ja was es waren zwei headshots das war ja die glock ah ne schwachsinn naja ich bin auch behindert ey es waren drei schüsse 72 in drei ja aber trotzdem ja es waren trotzdem zwei headshots weil die glocke macht glaube ich nur 10 oder so im glock macht ziemlich wenig pro schuss wenn aufm körper von daher waren es wahrscheinlich vielleicht waren es sogar drei aber ich glaube nicht zwei aber auf jeden fall kill ihn kill ihn kill ihn hat nur 30 oh mein gott der hat ja noch schlechteres aim als ich ja bye 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 forse 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 wieso oh gott ja wow ja doch p90 dieses decision making we forced by or not ok achso ne he der ist doch überhaupt nicht ok he was das labern die für das scheiße alter wtf da gibt überhaupt keinen sinn was die reden ich weiß nicht ob ihr es versteht ich weiß nicht der sound vielleicht ist er etwas zu leise aber das ding ist bei csk aber nichts auf 0,02 wobei der kill ist ganz normal oh gott oh gott das kann nicht wahr sein 95 in 6 alt aber es ist ok man one guy for hp last for hp so das fuckt mich jetzt grad ziemlich ab alter 95 in 6 ich dachte mir schon hey ich treff den noch die ganze zeit warum stirbt der nicht wie viel hat er mir gegeben 100 4 7 ist so ein scheiß spieler ohne witz es ist echt einfach nur es fuckt so übrigens wer sich vielleicht fragt wo ist meine ak vulcan wobei ich glaube mittlerweile hat keiner mehr ahnung was man inventory so hat ich habe sie verkauft ich habe sie verkauft weil ich Geld brauche für Sticker und so und ich hätte keine Lust mehr Geld auf Steam aufzuladen weil wenn ich noch so viel Inventar habe in CSGO was ich verkaufen kann dann dann grad ich nicht einfach mal so Geld auf Alter kann der Grund immer die Fresse halten es kommt immer nur ein Wort an und ich verstehe es eh nicht ja ich weiß halt nicht genau wie laut das Reden für euch ist weil ich habe es nur mit Waffensound gemacht One Guy Paper 60 HP die ist eh entweil ok habe ich überhaupt geredet? WTF Alter bei mir wurde es unten links gerade gar nicht angezeigt ich habe gar nicht drauf geachtet ist egal WTF WTF 1 HP ich dachte gerade er hätte sein teammate gekillt ne oh Gott Alter oh Gott Alter oh Mann das wird das das wird die Runde des Jahrhunderts ich sehe es schon kommen ja vielleicht die rank ich dann wenigstens wenn wir 16 1 verlieren oder so weißt ohne Witz schau dich mal die Kills von den Gegnern an 2 5 ja achso WTF der eine hat auch 3 5 ok was soll ich nicht gesehen 2 5 3 5 2 alter scheiß geiße Retter schieten sich auch ja ich weiß halt nicht wo man sich hier hinstellen soll das fuckt mich immer so sehr ab weil wenn du ein Spot mal warst dann sind die eben da prefeiern sie schon rein 2 Paper P90 Germany ach was du nicht sagst hast du schon ungefähr 10 mal deutsch geriet nicht oh Mann Alter ich hatte mir das etwas anders vorgestellt das Comeback ich glaube das ist das erste was er gesagt hat was ich verstanden habe ne ich wollte eigentlich die die CZ für die Tag 9 raustun was der hat doch gerade gesagt rush oder ach scheiß doch drauf was raustun nein ne Junge wenn du mir auf den Piss gehen willst mute ich dich also was ist ich hatte immer diese behinderten Fragen man WTF Alter mich fuck dieses Spiel einfach nur so sehr ab ey also momentan ey ich will einfach keine Ahnung es ist einfach so komisch ich weiß es auch nicht deswegen kam jetzt auch seit 4 Monaten kein Matchmaking mehr weil ich erstens zocke ich es überhaupt nicht mehr und zweitens ist es einfach so mega komisch geworden das Spiel es einfach jeder spielt und ich weiß auch nicht es ist einfach nicht mehr so wie früher und mit früher meine ich wirklich so 2014 nicht letztes Jahr letztes Jahr war auch schon scheiße 2014 da war CSGO cool irgendwie ist es jetzt vorher anders obwohl das Spiel sich überhaupt nicht verändert hat fast überhaupt nicht bevor das ist deutlich engagement und wie ich kann aber Was? Was? Oh, Leute, die hockt... Was? Die hockt standardmäßig in dem Gang? What the fuck? Was? Das habe ich noch nie erlebt, dass die Geisel da sitzt. What the fuck? Also, ich wusste gar nicht, dass das geht. Holy shit, what the shit? Das ist ja mega kacke. Da müssen die ja nicht mehr in das Büro rein. Was ist das für ein Bullshit, Alter? Oder liegt die da, weil die schon... Nein, die hatte ja noch keiner. Die sind alle gestorben hier beim Reinrushen. Check ich nicht. Der Letzte wird wahrscheinlich eh safe, oder? Oh, das ist der mit der AWE. Ne, ich glaube nicht. Ja, gut, aber wahrscheinlich hat er eine AWE. Was? So schnell? Holy fucking shit. Die lag doch jetzt irgendwo noch nah, oder? Nein. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann man das eigentlich echt nicht lauter machen? Oh ja. Will you please drop AK? Na, kann man echt nicht. Oh je. Na molle. Also, die Geisel hockt halt echt hier, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Also, ich meine, die Map heißt Office. Und... Also, es ist eh schon komisch, dass das Office, dass das einzige relevante Office das hier ist. Das andere ist ja... Also, ich meine, technisch gesehen ist das ja alles das Office. Aber das große Büro hier, ich meine... Ja, der Rest sind ja nur die Gänge und Base City und... Ach, keine Ahnung. Das ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn, dass die Geisel hier sitzt. Der andere Scheiße, den ich gerade gesagt habe, der ergibt auch keinen Sinn. Aber egal. Oh shit. Why don't help me? Ja, da können sich doch nicht zehn Leute hinstellen. Oh. One more, he's coming. Oh, rip. Das ist halt so ne Scheiße, dass die Geisel da sitzt. Das ist halt... Nein. Es ist... Es ist einfach mega, der Witz. Weil das ist überhaupt keine Herausforderung für die. Die müssen nur den Gang da... rein und die können die Geisel holen. Die können theoretisch einfach drei Smokes hinwerfen, der gesamte Gang ist gesmogged und die laufen einfach durch und holen sie sich. Müssen ja nur von... Müssen ja nur geradeaus... Es ist so ein Spitzel. Ah, das ist echt scheiße. Was soll ich mir überhaupt kaufen? Ach, scheiße. Darauf habe ich jetzt schon gemacht. Ja, ja, ich weiß, interessant. Ja, ich muss mal schauen, wie mir das Spiel wieder Spaß macht. Das Ding mit den Skins ist halt auch so... Die Knives. Ich verkaufe meinen Knife ungefähr einmal die Woche und heute mein neues. Also wenn ich gerade aktuell ab und zu mal ne Runde zocke, wenn nicht, dann sowieso nicht. Naja, keine Ahnung. Das fuckt mich auch momentan ziemlich hart ab. Oh Gott. Oh, scheiße. Von hinten. Hey, take the other hostage. Ja, das ist ziemlich RIP. Das ist wirklich ziemlich RIP, das Game. Ich meine, er hat einfach 13.5 und hat schon wieder Titsqueeze, heißt er. Ja, alles klar. Safe, kein Smurf. Ganz vergessen zu muten. Das ist so lange Spiel schon kein CSGO mehr, dass ich die Gegner nicht mehr automatisch mute. Ich meine, Alter. Wenn es so weit ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann weiß ich auch nicht mehr. Nächste Woche ist er MLG Columbus. Aber das ist halt auch so ein Witz, weißt du. Ich werde von dem Spiel halt einfach nur durchgehend verarscht. Ich habe die letzten zwei Majors geschaut mit zwei Accounts. Ich habe nichts gedroppt. Ich meine, okay, gut, da ist die Chance echt gigantisch. Weil so gering ist die nicht. Ich meine, die Hälfte meiner Freundes ist da schon mal was gedroppt. Also ich meine, so gering kann die Chance nicht sein. Also gefühlt. Und... Ach, ich hasse die Glocke so sehr. Wartet doch da jetzt... Oh, noch schlimmer, Molotov. Kann ich... Na, werde ich sterben, wenn ich durchlaufe. Ja, toll, die handen mich jetzt eh. Ach, scheiß drauf, ich sterbe sowieso. Hey. 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 Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wow. Wow. Okay, ich habe nicht mal jemanden... Ich wollte sogar sterben und nicht mal jemanden gefunden. Alles klar. Ich dachte, der eine, wo hier war und den anderen Teammate gekehrt hat, dachte, was ist das? Ich weiß, wo ich bin. Deswegen habe ich da kurz gewartet, weil ich dachte, der kommt dann. Aber, tja. Wie habe ich dem gegeben? Ach ne, das war ja noch von vorne. Viert? Ich habe den nur... Ach, alles klar, ey. Ja, das ist ja das meiste, was mich anfuckt, dass das Game einfach manchmal so komisch ist. Ja, voll drauf und gut, okay, habe ich gesprayt. Aber, alter. Einmal? Das ist doch wohl ein Scherz. Er stand still da, da kann man doch nicht so hart daneben schießen. Ja, er geht um die Ecke, gibt mehr Headshot. Das ist halt... Es macht halt einfach keinen Spaß. Ja, und das mit den Smurfs, das ist ja auch noch so eine Sache. Der rennt einfach nur durch mit der AUG und gibt Heads ohne Ende. Jetzt hat er nicht mal nach rechts geschaut, wo ich die letzte Runde genau an der gleichen Stelle stand. Das ist einfach so ein Disrespect, der Kerl. Oder er ist vielleicht echt kein Smurfs, so ein Spiel, das Spiel echt. Der ist neuer, rusht jedes Mal durch und macht einfach nur Mega-Di-Duck-Shots. Könnte auch sein. Aber das bezweifle ich sehr stark. Weil ich jetzt ja bald eventuell sogar noch mit dem Gambin anfangen werde. Aber, naja. Schauen wir mal, ob mich das vom CSGO aus retten wird. Aber momentan... Ne. Aber wie gesagt, auch mit der Drop-Serie, da werde ich auch so hart verarscht. Also ich habe insgesamt, ich habe es mal nachgerechnet, ungefähr schon über 60 oder 70 Drops bekommen. Wenn es überhaupt reicht, ja. Aber bei Breakout bin ich mir nicht mehr so sicher, wie viele Drops ich da war. Da hatte man ja noch diese Missionen, die man gedroppt hat, die man... Das waren ja noch die guten alten Zeiten. Da hat es noch Spaß gemacht mit den Drops. Aber jetzt mit den neuen Missionen... Also die Drops machen an sich ja immer noch Spaß aus. Und man kriegt halt nichts Gutes so wie ich. Da macht es keinen Spaß. Also macht es keinen Spaß momentan. Aber worauf ich hinaus wollte, ist das mit den Missionen. Also früher... Ich finde das von Operation Breakout, wo die Missionen gedroppt sind. Und die dann erst machen konntest. Und dann dafür den Drop... Das war... Ich fand das so geil, dieses System. Das haben sie halt einfach komplett zerstört. Mit Operation Vanguard, dann Bloodhound. Und jetzt... Whitefire. Also das neue System ist echt scheiße. Und vor allem bei Operation Whitefire finde ich auch scheiße, dass man die Missionen nur zu zweit machen kann. Du kannst sie gar nicht allein machen, ja. Das finde ich auch schon mega den Witz, was das eigentlich für eine Scheiße ist. Vor allem es sind ja nicht nur ab und zu Missionen, so wie bei Bloodhound. Wo die das so zu zweit machen musst. Sondern alle. Alle aus dem zweiten Ding. Das ist... Ja, weiß ich nicht welcher Vollidiot sich das ausgedacht hat. Also... Der gehört echt geschlagen, finde ich. Das gibt's nicht, Alter. Och man, wer Molotow... Ah, er hat ihn gekehlt. Scheiße. Aber da ist noch ein zweiter. Ähm... Ja... Ja... Bro... Loll! Also... Nein! Warum kommt noch ein dritter? Hätte der zweite Luck schon... Ich war noch voll im Spray drin und geb ihm Headshot. What the fuck war das, bitte? Ja, ist einfach so unlogisch, dieses Spiel, ja. Also, naja... Hohoho, ein Spiel ist unlogisch. Wow, wer hätte das gedacht? Ja... Ich stelle mich einfach wieder hier... Oh! Alter, what the fuck? Was zum Teufel hat der denn? Neckel? Oder was? Was geht mit... Ja... Nein, der hat neckel. Ja, doch, man hört schon leicht. Alter... Alles klar, der Spiel... Der Cache spielt halt mit voll aufgedrehter Musik. Läuft bei ihm. Alles klar. Oh, die Nates. Oh, der hat nicht mal nen Nagef, hat nen M2. Wo... Ja, er ist da, der Pref... Oh... Ah ne, doch nicht, das war die Autosniper von weiter weg, die hat sich angehört wie die... M249. 40... Ah... Fuck, ich komm... Nicht mehr raus. Ja, da ist eh lost. Oh, da hinten war er noch. Scheiße. Naja, ist eh schon zu spät. Jetzt holt er noch die andere Hostage. Will er mich verarschen? So ein Spastik, Alter. Wo war der denn? Hat er die ganze Zeit da hinten gewartet, bis ich komme? Oder was? What the fuck? Naja, 2.13 nennt mich fucking retalk, alles klar. Du weißt, was bei dir, du weißt, was gut ist, mein Freund. Das ist immer das Lustigste. Ich finde, dass dieses Sinn ist, dieses Rumgeflame, ey. Also, dass man anderen Leuten sagt, wie scheiße sie sind. Ich meine, wenn ich es euch sage, dann sage ich es denen nicht persönlich. Das ist immer das, das ist das, was irgendwie keiner checkt, so ungefähr. Ah, und ja. Kotzt einfach nur mega hart an. Dass jeder immer jeder einen Hohensohn nennt. Wenn der mich einen Hohensohn nennt, dann nenne ich ihn auch einen Hohensohn. Aber warum nennt er mich denn zuerst? Also, ich meine, von der Logik her, immer muss man gleich beleidigen. Das regt halt einfach so auf. Vor allem 10, 3, ey. Weil sie spielen 19 Minuten, Alter. What the fuck? Das ist die schnellste Runde aller Zeiten. Naja, gut, das ist es wahrscheinlich nicht, aber fühlt sich so an. War es vielleicht auch besser so. Aber ich weiß nicht, mit Premades ist halt das Problem, dass die Premades, die ich hab, die sind halt einfach salty as fuck. Und ich weiß nicht, sonst kann man eigentlich nicht hochladen. Wo denn, Alter? Und sag mir, wo? Oh. Na, was? Ich hab gedrückt, aber es ging nicht. GG. If you want me to save, then say me where? I don't fucking know, where the weapon is. Also, er, ohne Schuss. Save MVP, save MVP. Wo liegt sie denn, Alter? Mein Gott, ey. Jesus Christ. Naja. Ja, das Game ist eh los. Selbst wenn die Runde jetzt so in 10-5, also, müsste man schon, ja, müsste man schon ziemlich hart abgehen jetzt und das ist sehr unwahrscheinlich, nachdem wir uns so zerstört haben. Vor allem gewinnen wir jetzt auch nur noch, weil die nur noch trollen. Schaut euch das an, mit der Negelf und so. Das ist doch nur noch trollen, was die machen. Wenn die das nicht machen würden, dann würde es wahrscheinlich immer noch 10-2 stehen. Oder, ja, nicht 10-2, sondern 12-2. Oh Gott. Oh Gott. Ja, weil mein Mate da stand, ich dachte... Ah, egal. Wir haben gewonnen, von daher passt es schon. Ah ja, die hatten alle... Ja, nee, nicht alle, aber zwei oder drei Leute. Negev. Meggev. Turn off music, please. Vor allem die Gegner hören das nicht, was? Das ist ein Spast, ey. Aber seht ihr, jetzt habe ich ihn Spast genannt, ja. Aber ich habe es ihm nicht gesagt, dass er einer ist, ja. Das ist der Unterschied, ja. Weil wenn ich jetzt Solo zocke, ohne Aufnahme, würde ich mir auch denken, war es ein Spast, aber ich würde es ihm halt nicht sagen. Das ist, das ist dieser gigantische Unterschied. Aber egal. Juckt doch eh kein, was ich sage. Die einzigen Skins, die du noch kennst, sind die USPS Darkwater und die M4 Darkwater, denke ich. Das ist so. Es kann nicht sein, ich war so, er... Behind the chair, behind the chair. Fuck. Ah, ich hasse diesen Spot so sehr. Nice. Ne, jetzt wahrscheinlich Spawn. Oder er steht da jetzt. Oh, nee. Ich wusste, dass er da kommt... Oh, oh, er ist low, er ist low. Oh, er hat den schon wieder get... Alter, er hat den vier... Er hat den jetzt mindestens viermal getroffen. Also der kann nicht mehr mehr als 20 haben. Ein Schuss tot ist der. Wie slow. Ja, oh, er gibt ihm sogar den Headshot. Aber, Alter. Wie viel hast du ihm gemacht? Ja, dachte ich mir schon, Alter. Ah, ich habe aber gut geschätzt, er hat maximal noch 20, ja. So viel Spielverständnis habe ich dann schon noch. Aber das war echt krass, wie er auf den getroffen hat. Aber gut, wenn man keinen Kopf trifft, dann Kevlar. Ja, 81 in 3. Achso, nur... Echt? 81 in 3? Kann ich mir nicht vorstellen. Macht die USPS so viel Schaden, aber doch... Safe Rüstung. Ja, vielleicht hat er keine Rüstung. Ja, stimmt, vielleicht hat er ja keine Rüstung. Das kann natürlich sein. Das ist natürlich Pussyblee. Fuck it. Nice. Ah, es war ja nur noch einer. Ich dachte, noch zwei. Ja, das ist halt auch was, was an Office ein bisschen ankotzt, dass alle immer Shotgun spielen. Und du theoretisch, wenn der irgendwo einfach in deiner Ecke wartet, du immer One-Shot bist. Das regt auch ein bisschen auf. Weil es eigentlich auch ein bisschen besser ist, weil das ist halt die einzige Map, auf der überhaupt Shotguns gespielt werden, so ungefähr. Weil sonst werden die einfach überhaupt nicht gespielt. Das ist einfach echt so. Auf das zwei weg erhofft sich da eine Shotgun. Also vielleicht mal eine Runde oder so zum Trollen. Oder wenn man weiß, der eine steht immer da hinter der Tür oder so oder so. Irgendwie sowas halt. Aber in der Regel sage ich jetzt mal, er hat halt eine Shotgun und läuft immer weiter weg. Was, was, was geht bei ihm? Eine Nova Predator. Also eigentlich... Oh! Junge. Junge. Er hat halt drei Schuss gehabt. Oh mein Gott. Die Ecke checke ich echt selten. Das sollte ich mir vielleicht auch wieder angewöhnen. Aber eigentlich steht da keiner mehr, weil das ist so ein... Der Spot ist halt älter als das Spiel ungefähr. Aber, ja. Egal. Ja, es überrascht mich gerade. Es steht 8, 10. Und ich bin nur ganz knapp negativ. Was mich am meisten überrascht. Keine Ahnung, was es jetzt mit dem Blue hat. Achso, er hat ge... Ah, okay. Naja, scheiß drauf. Ich hab's zu spät gemerkt. Der Rush da einfach, der Pisser. Scheiß, da hinten ist noch einer. Oh! Scheiß Glas, Mann. Jesus Christ. Geh... Alter, what the fuck? Schaut euch die Leiche an. Schaut euch die Leiche an. Er... Chillt halt einfach in der Luft, alter. What the fuck? Beste. Ach, scheiß, der ist da vorne. Nein! Oh mein Gott. Alter, ich hab viermal die Geißel angeschossen. Nice. Ich will nicht wieder P90 spielen. Will jemand die... Warum will wir messen die? Ah, scheiß. Jetzt hat er sich selbst an der Kraft. Das war aber auch gar nicht der Kerl. Egal. Spiel ich halt M4. Dann hat er das Profilbild. Wer ist denn das? Der Dollar, 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 Kerl. Was? Wo ist ein Short, alter? Bei den Gläsern oder was? Schaut euch mal raus. Er steht in der Ecke. Oh Mann. Äh. Ja. Er weiß ja eh, wo er ist. Eben. Alter, ich hasse es so sehr, man. Das sind solche richtigen Pisser, weil die campen halt bei uns und nicht bei denen. Das ist der Unterschied. Oh sorry, bin ans Mikrofon gekommen. Das passiert mir in letzter Zeit vorläufig. Das ist mir halt, seit ich das Mikrofon habe, gar nicht passiert in den letzten zwei Tagen. Ungefähr zehnmal. Oh Gott. 1v1. Oh. Zehn, zehn. Also hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Na, aber ich... Ja, also ich sag mal, gut sind die Gegner eh nicht. Also... Vielleicht, vielleicht sind sie doch keine Smurfs da. Vielleicht haben sie einfach recht nur alle Low Accounts. Also es würde mich schon ein bisschen wundern, ehrlich gesagt. Weil das sie dann... Ja. Schon Master Guardian 1 sind. Mit... Fang 28. Naja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. So, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass der eventuell wieder in der Ecke sitzen wird. Weißt du, was ich mache? Ja gut, er ist nicht da. Ich meine, jetzt hätte ich ihn, glaube ich, schon gesehen. Ja. Jetzt wäre es der ultimative Troll gewesen, wenn er trotzdem noch... Nein, sie kommen zu zweit. Oh mein Gott. One more, er kommt hinter euch. Behind you. Blue. Ich... 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 Ich kann schon nicht mehr reden, man. Ich erzähl's ihm halt noch. Oh. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob das die Deutschen sind, deswegen hab ich es erst hinter euch gesagt. Vielleicht war es falsch. Ich bin jetzt nicht mehr so gut. Oh, der... Der stand da doch, oder? Ja, ich denk's mir doch, oder? Oder war das der? Da stand doch einer jetzt mal. Ja doch, da stand safe einer. Wenn da keiner stand, dann hab ich schon Halluzination. Halluzination. Ich kann nicht mehr reden, ey. Scheiße. Ja, aber so wird aus einem 19, 20 Minuten Game, wo man denkt, dass der Wind bei 25 Minuten vorbei ist, ein 29 Minuten Game, wo es noch nicht mal in der Nähe vom Vorbeisein ist. Wer hätte das gedacht? Immer dieses P90-Battle. Oh mein Gott. Alter. Das fühlt sich ja dann wie Silber. Ich fühl mich selbst wie Silber und die Gegner sind dann einfach auch Silber. Oh. Oh. Scheiße. Sorry. Oh. Junge. Die hat mich beinahe gekillt. Nein! No way. Checkt schon. Checkt schon. Der skippt's nicht. Äh, 40 HP. He's going long. Fast, fast. Er kommt dir nicht hinterher, er kommt dir nicht hinterher. Kannst easy. Machen. Nice. Boah, ey. Ja, aber er hat gesagt, dass er eine Awe hat, aber ich war mir jetzt nicht sicher. Aber egal. Dieses... Das P90-Gepattle, Alter. Dieser Plan B3A, Alter. Was ist das für einer? Oh, der hat sogar die Medal. Okay, der spielt aber schon ein bisschen länger. Okay. Trotzdem spielt er noch P90. Das ist so erbärmlich, was hier abgeht. Okay. Okay. Ich hab den nur 40 gemacht, dem anderen. Ja, one long with 68 HP. Oh, ich hab keinen Assist bekommen. Wieso haben die euch alle eine AWP, ey? Es ist Office, verdammt nochmal. Also eine vielleicht, aber... Egal, nicht als CT auf jeden Fall. Egal. Alter, what the fuck, ey. Das Game ist einfach nur hilarious, wie man auf Englisch sagen würde. Wirf noch einen Nade auf deine Mades, alles klar. Au, Mann, dieser Andreas, Alter. Da hat er mich fett verarscht. Äh, nicht der Andreas. Der Andreas, gegen den hab ich mich gebeten. Ja, ich dachte, dass es der war, aber da dachte ich mir schon so, hä, das ist doch ein anderer. Und dann, dann lade ich... Oh, mein Gott, Alter. Das, das gibt Rache, Alter. Rache ist Blutwurst. Das hat er mich echt hart verarscht. Wobei, wenn der andere Kerl nicht da gewesen wäre, hätte ich nicht nachgeladen, dann wäre es noch wieder ein Battle geworden. Aber so konnte ich ihn natürlich nicht battleen. Ups. Ich warte jetzt einfach hier. So, warte ich. Oh, hinter mir ist noch ein Teammate. Oh, er steht da mit der Schot... Nee. Das ist nur ein Decoy. Da ist keiner. Da war auch keiner. Da ist auch keiner. Da ist auch keiner. What the fuck? Er hätte gesagt, one behind. Haben die jetzt alle unseren Spawn gerushed oder was? Oh shit. Nice. Cool. Hier. P90 only. Ich bin so ein Noob. Das ist mir sowas von egal. Ich stehe 15 für 15, also kann ich nicht so schlecht sein. Aber was mich ein bisschen nervt, ist, dass meine Mates hier nicht lang gehen. Also ich habe immer voll Schiss, dass ich alleine bin. Too long rush. Too long rush. Wie erst mal noch Zentimeter an. Schießt. Einer habe ich vier. One is 20 HP. Links sind die. Links sind im Büro sind die. Die campen in den beiden Ecken links. Übelst krass. Oh mein Gott. Ich muss euch echt lachen, weil ich meine, ich hätte es nicht besser gemacht. Das ist das Traurige drin. Früher hätte ich gesagt, okay, vielleicht hätte ich den killen können, aber... Das ist bitter. Er macht es einfach. Oh mein Gott. Er macht es einfach. Und er überlebt auch noch. Alter Schwede, ey. Das Game is crazy. Die erste Runde war so scheiße. Die erste Hälfte und die zweite macht übelst Bock. Okay, das ist das alte Counter-Strike. Das gute alte Silver-Counter-Strike. Jeder kauft sich B90 und dann wird einfach nur gebattalt. So macht es echt. So macht es echt mehr Spaß. Oh mein Gott. Nein. Vielleicht soll ich nicht immer so rumschreien, Alter. Ja, aber es ist einfach nur... Es ist halt echt bitter, Mann. Wenn du die Waffe wechselst oder so oder nachlädst, ist es immer irgendwas. Oder auf Nate wechselst, das ist auch noch schlimm. Nate wechselst auch noch so richtig typisch. Also hatte ich jetzt zwar in dem Game noch nicht, aber es ist auch so dieser Klassiker. Ist da jetzt einer? Ne. Ist der long oder ist der... Ne. Na, long war einer. Einer ist hinten und einer ist vorne. Scheiße. Komm doch. Scheiße, 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 scheiße. Oh Gott. Was? Er gibt... Was? Er gibt... Alles klar. Ich hätte vielleicht auch nicht sprayen sollen, weil über die Distanz ist schon ein bisschen unwahrscheinlich. Aber... Er gibt mir dann einfach den Double-Hedge. Ohne Scheiße, Mann. Ist das... Wow. Wer hat er mich... Outplayed, würde ich sagen. Fuck, die haben alle kein Geld mehr, scheiße. Aber ich bin auch gleich blank. Dammit. 14, 12. Eine Runde brauchen wir noch, dann ist wenigstens schon mal kein Loose. Weil ich will ja eh die ranken, von daher. Ja, ja. Aber was denn? Sein ganzes Team ist schon tot. RIP. Rest in pieces, mein Freund. Wir warten. Ein bisschen wärmer Zeit. Und ich hab ein Kit, also eine Sekunde dauert das Geisel retten. Ich kann jetzt innerhalb von 10 Sekunden, glaube ich, zu der Geisel rennen. Könnte ich. Und der holt die Leute im Spawn weg und die hunten ihn anscheinend. Vielleicht hab ich dann sogar Glück und keiner ist mehr da. Ich glaub nicht, dass die jetzt noch kommen, weil es sind schon zwei Leute gegen den Kerl gestorben. Er steht halt echt da. What the fuck? Da hatte der eine Ava, oder was? Eine G3. 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 Du hast nicht genug Zeit. Oh, er sitzt. Er ist mit dem Hostage. Oh mein Gott. Bist du, du bist ein guter Job. Wie der Bisser in der Pflanze hockt. Alter, ich könnt's so kotzen, man. Ohne Schein. Leute, ich habe ihn jetzt im letzten Moment noch gesehen und einfach nur so, scheiße, verkackt. Oh mein Gott. Alter Schwede, was ein Lauch, Mann. Ich dachte mir so, wenn ich jetzt durch den Molotow laufe, er würde es ja nicht erwarten, er würde sich denken, da kommt jetzt keiner mehr. Und was ist? Er erwartet es halt einfach nur übelst, wie er echt kommt. Nein! Scheiße. Der hat 20. Was? Jetzt! Ich will heuen. Ich will heuen. Der eine sitzt da bei uns, wo wir spawnen. Ja. Nice. Was, wir haben echt gewonnen, Alter. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Oh mein Gott. Das hatte ich 17,19. Naja, besser als 12,27. Ja, der Green hat echt hart gecarried, Alter. Wow, ja, wow. Ja gut, okay. Naja, gut. Naja, aber wenigstens rangentsprechend gespielt, nicht so wie ich. Naja gut, wobei eigentlich schon. Ja, vom Rang her haben wir eigentlich genau die Placements gehabt, wo wir, ja, hat schon gepasst. Ja, meine Freunde, das war die erste Folge Matchmaking. Ja, komm, jetzt zum Ende hat es schon Bock gemacht. Also mir zumindest, der euch, ja, wäre der nice, da wahrscheinlich nicht schon aufgehört zu schauen, nachdem ich übelst tilted war. Aber egal. Ja, wie gesagt, das mit Premates ist halt immer so die Sache, keine Ahnung. Weil das ist das ganze Kommentieren-Ding anders, weil erstens kannst du nicht die ganze Zeit labern, weil da kommt nur die ganze Zeit aufzureden, ich höre die Steps nicht und so einen Scheiß. Und dann, ja, weil sie halt auch nicht so genau. Also vielleicht, aber mal schauen. Und die richtigen Mates, dafür habe ich, glaube ich, auch nicht, weil, ja, mal schauen. Egal, auf jeden Fall, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wer mehr davon sehen wollt oder eher wieder nicht. Und, ja, ansonsten, danke fürs entscheiden, macht's gut als Rhein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.